Ein herz erfrischendes Morgen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Platter Zoo Park zu Logico de Bahia, so muss es heißen. Ach ja, wir sind wieder zurück. Ich weiß gar nicht, was ihr gesehen habt letztes Mal. Ich bin mir relativ unsicher, ob ihr die ganzen Pflanzen gesehen habt. Ich habe auf jeden Fall hier ein bisschen was gebaut, ein bisschen mit Pflanzen. Und wir haben auch ein paar Babys gekriegt, ein paar Mandrill-Babys hier, zwei Männchen und, oder drei Männchen und ein Weibchen oder so, auf jeden Fall irgendwie sowas. Das Mandrill war lange in der Transportbox, packen wir den mal aus. Waren da zwei? Sieht so aus, als wären da zwei gewesen, ne? Egal, ich habe auch ein bisschen weiter geforscht für die und das hier dann hingebaut anstelle dieses Eis-Dings, dieser Eisbombe. Und die können jetzt auch hier draußen füttern mittlerweile, wie man hier sieht, denn das war wirklich der Eingang, wie ihr schon richtig vermutet habt. Oh, guck mal hier, wie die rennen, die Mandrills. Ich weiß nicht, die Babys, die machen mir irgendwie so ein bisschen Angst. Die finde ich nicht so süß. Es gibt andere Tierbabys, die ich süßer finde hier in dem Spiel, als Mandrill-Babys. Guck mal, wie viele hier angerannt kommen. Gibt ja auch gut was zu fressen, ne? Sind das die fünf? Ja, das sind tatsächlich die fünf und dann sind da drei Babys. Ist hier noch irgendeins von denen trächtig? Ne. Da muss hier draußen noch ein Baby sein. Ja, tatsächlich. Was sich hier um das alles kümmert hier draußen, um die sechs Kilo Futter. Auch nicht schlecht, so bleiben die Leute auf jeden Fall hier draußen stehen. Wo rennt ihr jetzt genau hin? Warum machen sie es für die armen Tiere nicht etwas kühler? Weil die das eigentlich gar nicht so viel kühler brauchen, oder? Die Edfackel? Schwitzen die so doll? Eine stabile Rückzugsort ist halt das Problem. Lebensqualität durch Beschäftigung. Hm, ist das tatsächlich ein Problem? Oh, guck mal an. Guck mal an. Dann machen wir gleich mal was hier. Für die Edfackel. Musst du nicht, dass wir so wenig haben für die. Ja, guck mal. Dann kriegen die ein bisschen was kühleres hier. So eine Eiskugel zum Beispiel. Wie schaut es jetzt aus? 100%. Nice, nice, nice. Genau. Also die Mandrills habe ich hier ein bisschen weitergebaut. Ein bisschen was mit Pflanzen gemacht. Hier wollte ich dann gucken, wie das aussieht, wenn hier so ein bisschen Bambus ist. Das ist aber schön abgeschottet. Das finde ich ganz gut. Einen Zaun werde ich noch machen. Denn einige haben gesagt, da brauchen wir auf jeden Fall noch einen Zaun. Und ich habe auch noch keine Paten für die Mandrills. Jetzt habe ich auch noch keinen Namen gefunden. Bin auch ein bisschen törbelig. Dann habe ich hier das Klo eingebaut. Ich weiß gar nicht, ob ihr wusstet, dass ich hier ein Klo gebaut habe. Dann habe ich hier ein Vivarium mit Goliath-Fröschen. Das wurde gesagt, dass ich doch bitte Goliath-Frösche machen soll. Die habe ich jetzt hier reingemacht. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob wir hier einen sehen können. Von den Goliath-Fröschen. Irgendwo hier müsste eigentlich einer sein. Zwei Stück sind hier drin. Weil die so viele Babys machen. Ich sehe aber gerade gar keinen. Wo ist denn hier einer? Können sich ja auch nicht so wirklich verstecken. Sind aber welche drin? Ach, guck mal hier. Hat Hunger. Wie kann ich mir den jetzt anzeigen? Ach, wie konnte ich den übersehen? Okay, der ist halt relativ gut getarnt. Und dahinter ist sogar der zweite hier. Da sind die beiden. Okay, die sind relativ gut getarnt. Die sind auf jeden Fall drin. Und hier drüben habe ich jetzt Goliath-Käfer. Einfach alles mit Goliath hier. Goliath-Käfer. Layout ist nicht so gut. Wo sind die Käfer? Ach, die hängen hier an der Seite. Da sieht man die. Also die sieht man auf jeden Fall. Die sind hier an der Seite dran. Sehr nice. Das sind die Vivarien, die beiden, die hier drin sein sollen. Ich will da auch nicht allzu viele Vivarien reinmachen. Einfach nur, dass es hier so ein bisschen mehr Dschungelfeeling ist. Viele Gäste denken, dass die Tickets sehr günstig sind. Das, denke ich, ist eine sehr gute Wahl. Dass wir das hier ein bisschen teurer machen. So, wahrscheinlich. Und dann bin ich bei den Mandurals auch eigentlich fast fertig, ne? Also da gibt es nicht mehr so mega viel zu machen. Außer hier draußen halt einen Zaun. Da müssen wir noch irgendwas überlegen. Denn wir wollen natürlich nicht, dass die Leute hier ertrinken. Wenn da Kinder stehen oder so. Das wäre, das wäre tragisch. Die Tiere sind auch immer hungrig. Hier die, die Giftfrösche. Die Fallgiftfrösche. Aber ja, was gibt es noch? Aktivisten sind im Zoo. Ja, wegen des Fallgiftfroschs. Was ist noch passiert? Goliath Kiefer hatte Nachwuchs. Ach, tatsächlich. Da sind mehr als nur zwei. Das wusste ich gar nicht. Wie viele Babys kriegen die dann? Du Scheiße. Ja, das gucke ich mir gleich nochmal an. Äh, unsere afrikanischen Wildhunde hatten auch. Bongos hatte Nachwuchs. Die Mandurals hatten halt Nachwuchs. Das wussten wir aber auch schon. Ähm. Was gibt es noch? Wildhunde, Mandurals, Goliath Kiefer. Hatten die tatsächlich zweimal. Krass. Ja, die fernieren sich auch nice. Dann müssen wir gleich mal gucken, ob wir hier ein paar rauskatapultieren. Aber das kann ich dann immer noch machen. Ähm. Richtig, die Challenge wurde nicht geschafft dieses Mal. Die Nashwander waren einfach zu viel. Hier 60% nur. Das ist echt schade. Aber ich meine, gut. Ich habe jetzt auch nicht so wirklich viel gemacht. Aber bei Nashwander ist das aber auch echt schwer, ne? Das ist echt schwierig. Hier findet man noch ein Gebäude. Ich habe tatsächlich... Das kann ich euch mal zeigen. Warte mal. Das machen wir mal. Äh, nicht meine Baupläne, sondern Steam Workshop. Ich habe hier ein Gebäude gebaut bekommen. Kann man ja ruhig sagen. Ähm. Ich kann es jetzt nicht hier platzieren, weil das keine, keine Bauphase ist, sozusagen. Aber ich habe hier ein Gebäude gebaut bekommen von einem Zuschauer. Vom, äh, vom guten, äh, vom guten, äh, oh Mann. Das ist natürlich peinlich jetzt. Der hat, der hat ganz viele Namen. Ich gucke jetzt mal kurz. Da will ich da jetzt nichts Zeug jetzt ab. Oh Mann. Das ist ja, das ist ja traurig. Der heißt, das ist der gute Edgar, Edgar Fan. Der hat auch verschiedene Namen. Der heißt auf Twitch-Stangen anders und so weiter und so fort. Auf YouTube weiß ich gar nicht, was das heißt. Hier gibt es Shops, zwei Stück und, ähm, das, das Einzige ist, dass wenn die Leute hier am Shop stehen, ich zeige euch das mal kurz, dann ist das alles negativ, denn dahinter ist so eine Wasserpumpe. Das muss ich nochmal ändern. Und auch ein Mitarbeitergebäude. Eine Futterstation, was cool ist. Allerdings hilft das bei den Shops nicht, weil dann geht es den Leuten schlecht. Ihr seht den Umkreis. Das muss ich noch bearbeiten. Das werde ich dann auf jeden Fall nochmal tun. Und dann werde ich das Gebäude noch platzieren. Eventuell steht das dann hier vorne. Eventuell steht das hier hinten. Hier gibt es ja nochmal eine Ecke, wo es reinkommen kann oder wo ich ein Gehege hinbaue oder sowas. Gucke ich mal. Das finde ich auf jeden Fall ziemlich cool. Also wenn ihr auch so, so Stile von solchen Gebäuden hier, also solche Kolonialstile. Ich möchte jetzt nicht so alles voll klatschen mit, mit Workshop-Sachen. Weil ich die immer ganz gerne selber baue, die Sachen. Aber ihr dürft gerne was bauen. Und ich gucke mir das auch gerne an. Und dann kann man ja mal gucken, was passiert. Das sind so ganz Silber-Ettnismännchen. Hallo. Genau, kann man mal gucken, was passiert. Und dann schauen wir das mal an. Postet ihr eventuell den Link in die Videobeschreibung oder zum Workshop. Oder schreibt mir auf Twitter oder auf Discord oder so. Ihr werdet da schon irgendwas herausfinden. Richtig. Richtig. Wir wollen jetzt einen Zaun bauen. Das muss heute noch passieren. Ansonsten ist das ein schlechter Tag gewesen. Ein schlechter Planet-Soup-Tag. Denn ich bin ja schon wieder spät dran mit meiner Folge. Ich weiß auch nicht. Ich hatte ja heute... Ich fühlte heute einfach nur, dass es ein bisschen später wird. Das wurde auch tatsächlich spät. Arbeiten. Und dann dachte ich, naja, komm. Ich habe gestern keine Folge aufnehmen können. Beziehungsweise nicht aufgenommen. Weiß auch nicht warum. Ja, da war es halt nicht so. Da habe ich ja eine aufgenommen morgens. Die habe ich euch dann hochgeladen. Aber ich hatte nachmittags nicht nochmal eine gemacht. Das hätte ich vielleicht mal machen sollen. So, wir müssen einmal kurz gucken, was so eine Höhe ist hier. Das ist ein bisschen zu hoch. Lass mal kurz gucken. Also wenn sie hier ihre Hände quasi abstellen möchte, dann muss das ungefähr so sein. Auf der Höhe. Bauen wir mal auf der Höhe. Wir machen auch die Länge ungefähr. Wie sieht das aus? Hier kann man so afrikanische Dinger machen. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Den so ein bisschen mittig hinzubekommen. So, auf jeden Fall. Das ist gar nicht so schlecht. Und dann, man kann halt die hier auch machen, ne? Sollen wir sowas mal machen? Ich werde nur so einen, so einen, so einen relativ, relativ smarten Zaun machen. Okay, ich merke schon, ich muss die alle einmal ein bisschen rüberziehen. So ungefähr. Dann das noch ein Stück runter machen. Weil das sieht auch nicht schlecht aus. Okay, so gefällt mir das fast schon besser. Und dann, was können wir da noch anmachen? Haben wir noch irgendwas Dekorationstechnisches hier? Requisiten. Na, ist mir auch nicht schlecht. Hätte auch so mit Ästen bauen können und so, ne? Aber ich glaube, ich gehe hier mit. Ich glaube, das ist ganz okay. Wenn wir das dann hier in die, in die Erde, in die Erde machen. Muss ja auch nicht überall sein, sondern es muss einfach nur so sein hier. Lass uns kurz gucken. Das war die richtige Höhe. Stellen wir den hier hin. Sehr gut. Dann bauen wir jetzt den Zaun hin. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch immer Zäune so selber baut. Oder was bei euch so, wie ihr eure Zoos einrichtet. Ich würde gerne mal eure Zoos sehen. Eventuell, also es gibt ja Leute, die das machen, die zeigen so die Zoos ihrer Community. Das würde mich mal interessieren, wie eure Zoos aussehen. So, eventuell kann man das so einrichten, dass ihr mir eure Zoos, wenn ihr die im Sandbox baut. Es geht natürlich nur im Sandbox, ne? Dass ihr die im Sandbox irgendwie im Workshop hochladet oder so. Und ich kann mir die dann angucken. Da könnte man auch so eine Serie mitmachen, oder? Das könnte halt auch hart eskalieren. Bei einigen von euch, kann ich mir vorstellen. Aber es würde, glaube ich, auch cool sein. Für mich auf jeden Fall. Und zu gucken, was ihr so bauen könnt. Hm. Könnte man mal drüber nachdenken. Nicht, dass ich eure Zoos jetzt irgendwie verbessern möchte oder so. Oder... Also wenn ich das sagen möchte, okay, das finde ich richtig scheiße hier und so. Aber ich bin mal interessiert daran, was ihr so bauen könnt. Ob ich wirklich so schlecht bin. Ihr sagt immer, ja, das ist alles gar nicht so und so. Und dann sieht man manchmal Screenshots auf Steam von euren Zoos. Und dann bin ich immer... Bin ich immer ganz perplex und denke mir so, alter. Und sagt halt in erster Linie, ja, ich kann das alles gar nicht richtig. Das ist alles gar nicht so. Ich bin nicht so gut darin. Und sowas. Und dann könnt ihr richtig coole Zoos bauen. Das würde mich mal interessieren. Macht das auf jeden Fall mal. Also baut eventuell Gebäude, wenn ihr Bock da habt. Nicht zu viele. Beziehungsweise seid nicht traurig, wenn ich die nicht mitnehme in den Zoo. Und... Zeigt mir eventuell euren Sandbox zu. Dass ich mir den mal angucken kann. In einer... In einer extra... In einer extra Reihe. Planet Zoo Serie. Kann man quasi sagen. Die Folge heute wird auch nicht so mega lang. Weil ich muss ja für morgen auch noch eine aufnehmen. Also wir machen quasi den Zaun hier. Ich quatsche ein bisschen mit euch und dann... Und dann mache ich da auch schon Ende. So eventuell kann ich nicht... Das muss ich auch noch sagen. Also ich möchte... Oh ne. Möchte auch nochmal erwähnen. Dass ich mir alle eure Kommentare mal durchlese. Aber ich in letzter Zeit auch wieder richtig schlecht geworden bin darin. Die zu kommentieren selber. Also zu beantworten. Das tut mir ganz, ganz doll leid. Ihr schreibt immer so fleißig. Besonders an der Planet Zoo. Und... Ich werte das Ganze meistens mit einem Herzen oder mit einem Daumen nach oben. Und den Daumen könnt ihr gar nicht sehen. Deswegen werde ich hauptsächlich Herzen machen müssen. Und ihr schreibt euch da immer die Finger wunden manchmal. Und ich... Ich lese alle. Das wollte ich nochmal sagen. Also ich lese jeden Kommentar. Und ich freue mich über jeden Kommentar. Aber ich bin aktuell nicht so gut darin, die zu beantworten. Das war mal besser. Und dann irgendwann... Hat man mal einen Tag nicht Zeit. Und dann dadurch, dass ihr so viel schreibt. Was richtig nice ist. Was richtig gut ist. Kommt man dann plötzlich nicht hinterher. Und dann sagt man, okay. Wenn ich den jetzt beantworte, dann müsste ich den dann auch beantworten. Dann kommt das eine zum anderen. Und dann... Plötzlich... Hat man da so... 200 Kommentare, die... Unbeantwortet sind. Und dann denkt man sich so... Ah... Oh, das hättest du eigentlich mal machen müssen. Also seid bitte nicht traurig, wenn ich nicht antworte. Ich hab euch alle lieb. Daran... Daran braucht ihr mich... Nicht... Nicht judgen, bitte. Nicht urteilen, heißt das. Das müsste ich, glaube ich, dichter ans... Ans Dings machen, oder? Aber wir können dann... Wenn wir hier noch ein paar Pflanzen hinmachen, dann passt das so. Gefällt mir das? Na, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Machen wir nochmal zwei, drei... Zwei, drei Pflänzchen hin. Ich würde gerne hier irgendwie... So fahren, oder eventuell... Wo sind da? Hier. Ein paar Brennnessel, so zwei, drei... Hier hinstellen. Nur so zufällig, random. Dass das alles so ein bisschen... Ein bisschen natürlicher aussieht. Hatten wir ja auch schon mal drüber gequatscht. In einer Folge. Wie man sowas natürlicher aussehen lassen kann. Und Pflanzen sind da ein ganz großer Teil. Auch gerade Brennnesseln und so. Die dann machen, dass das ein bisschen... Ein bisschen natürlicher wirkt. So. Hier drüben auf der anderen Seite muss halt auch noch was hin. Kann auch noch so ein bisschen mit dem Fahren arbeiten hier. Ganz richtig. Dip, 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 dip. So. Dann mache ich hier jetzt keinen... Keinen Zaun rein, weil hier ist ja sowieso... Busch... Buschwerk. Oder? Ja, das kann man so lassen. Guck mal, das sieht auch sehr... Sehr dschungelmäßig aus. Genau. Urwald. Ne, Alpine brauche ich da nicht. Hier wäre es noch cool, so andere Sachen reinzumachen. So mit... Wie nennen sich die? Seerosen und so. Aber ich glaube, dass das nicht passt. Ich glaube, das Gehege ist... Ist schon dicht am fertig, ne? Oder? Wie seht ihr das? Ich finde, das ist... Das ist schon... Das ist schon sehr gut. Hier drüben brauchen wir dann nochmal einen hier eventuell. Hier was über die... Die Mandrills. Das ist doch nur doof, wenn die Leute wirklich nicht... Also wenn die Leute doppelt hören. Okay. Der Goliath-Kiefer hatte mittlerweile Nachwuchs. Jetzt müssen wir aufräumen. 22 Goliath-Kiefer. Okay. Wir gehen mal kurz hier in die Türübersicht. Und gucken uns einmal hier die 22 Goliath-Kiefer an. Ich glaube, das ist eine sehr gute Sache. Ein Weibchen. Und noch ein Weibchen. Das Männchen behalten wir mal. Das Weibchen auch. Dann sind die beiden erstmal behalten. Den Rest, den siedeln wir oben hier. Du Scheiße. So viele. Haben wir echt drei Babybeeren? Krass, dann auch noch drei Männchen. Wie sieht das sonst aus hier mit den Tieren? Habe ich hier eventuell... Die müssen so viele sein. Die Tiger haben noch ein Baby gekriegt. Die Löwen haben zwei Babys. Okay. Ab zum Handelszentrum. Hier sind jetzt 20 Tiere drin. Was habe ich noch drin? Achso, nur die. Und wenn die beiden weg wären, könnte ich die auswildern? Tatsächlich nicht. Schade eigentlich. Na dann. Schnell verkaufen. Für 7600. Mein Gott. Jetzt fangen die Leute auch an zu bohren hier. Eventuell eine gute Möglichkeit hier, die Folge kurz zu beenden. Ich würde mich auf jeden Fall für bedanken. Schreibt gerne in die Kommentare, was ich alles hier angesprochen habe. Ich würde mich auch über jeden Kommentar freuen. Eventuell antworte ich auch heute drauf. Ich finde, das sieht auch relativ gut aus. Ich mache hier eventuell noch ein paar Pflanzen rein. Welche von denen hier. Sodass das ein bisschen smarter aussieht. Irgendwie sowas. Aber ich finde das Mandrillgehege jetzt eigentlich ganz cool. Das Außengehege passt. Den Zaum finde ich gut. Muss ich nicht sagen. Da kann man sich so ablehnen und dann kann man gucken. Ich finde es cool. Jo. Daumen nach oben und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Haut erstmal rein, Leute. Tschüss.